Vorseitungen an. Alright, block it in, man. Yeah, I bet, I bet. I tap? Tap? Alright, block. 2 von 5. 5 von 2, common. Oh Gott, da war ne goldene Kiste. Und ich nicht liegen lasse. Hell. Also dieses, wie erwacht das mittlerweile mit Fenstern ist. Also ich war gerade viermal an der Kante, bin trotzdem nicht reingekommen. So schlimm. Best game, man. Das sind wirklich so Kleinigkeiten. Die waren auf Red Dance, war das alles nicht so dumm, ne? Das ist irgendwie so... Irgendwo hat's da gekracht bei den Jungs. Und dass man manchmal in manches Fenster so gar nicht reinkommt. Ich schwöre, das hatte ich noch nie. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, dass auf Red Dance das so war. Digga, der Sniper war auch hier. Es sieht aber so krass aus, wie langsam man ist, ne? Mit 113. Jaja, das ist halt wirklich geil. Coop. Upload läuft. Sichert den Bereich. Coop. 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 Ich bin tot. Keine Aim-Assist. Oh mein Gott! Aber wer hat mich denn da jetzt... Was ist das für ein neues Zeichen da, was so aussieht wie DJ-Ding oder so? Was ist das? Keine Ahnung. Da muss man wieder in irgendwelchen Reddit-Forum unterwegs sein. 4-Chain-Forum. Ich hab grad Bunker-Augen, da kannst du ja einen ablooten wenn du willst. Alright. No foresight. Ich mach jetzt hier einen Risky-Trop, aber ich brauch's grad. Warte mal, der landet einfach neben mir. Nochmal vorseite einfach. Ja, ja. Mach zweite Mann noch. Kannst du mal da hoch, komm. Oh oh. Die machen hier richtigen koordinierten Angriff auf mich grad, ne? Oh ja. Ja. Let's call, dass ich One-Shot bin. Werd ich gejagt. Ich bin hier dead. Need a rest. In der Flair. Ich mein nicht den Rapper. Ja. Ja. Wie quackt war Mohammed denn bitte? Hm. Ist ja irre. Mohammed geeked out, oder? Komplett. Crazy gegettet. Digga, ein Häusern ist wirklich krass. Du, er ist jetzt schon die zweite Bomben-Drohne. Ich sterbe. Ich war deshalb nach unten. Oh Gott, hab ich ihn in die Enkel gebraked. Ich hab' den Kabel. Ich hab' den Kabel. Ausmachen. Bei ihm. B2 Flair ist, wenn du willst, kannst zum Laudig kommen. Da musst du nicht so weit muchen. Ach du Scheiße. Ich hab' das oben einfach. Ey, es ist ja 113 FUW, ne? Du verstehst es nicht, was ich hier mit den Leuten mache. Das ist krass. Was? Mods, Andy, komm mal an. Bitte nicht. 130 FUW-Sauce. Eisi, Dankeschön für 41 Monate. Welcome back. Dankeschön. Brauchst gar nicht über Mods reden, weil weder mein Mods noch mein Chat. Also wirklich niemand hört zu. Alle sind nicht da grad. Schade eigentlich, ne? Wir spielen grad echt einen auf. Bro, du, ich hab' keinen Kill. Hast du eigentlich schon dein Essen? Nee, Bro, kommt jetzt grad. Er trifft gerade einen, mein Bruder, ähm, Romeo. Er kann nicht vorstellen. Ich könnte dir auch sein Kennzeichen vorlesen. Ne, lass. Ne, lass. Einfach doxen den Mann. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Das ist eigentlich so in Deutschland, dass die, hier auf Malta ist worauf so, dass die so, dass, dass die quasi, die können mit ihrem eigenen Auto fahren, so bei Lieferando und Bolt und Bolt, aber oft kriegen die auch eins gestellt, ne? Guck mal, ich flieg' kurz zu dir und geb' dir mal die ganzen Flares, okay? Ich hab' schon zwei, Bro. Ah, okay. Gut, dann scheiß doch. Dann geh' ich mein Ding machen, ja. Ja, du ja. Ich hab' auch zwei Flares. Ey! Two Lines! Danke auch für 47 Monate von dir, mein Freund. Was geht? Dankeschön, Two Lines. Mein Freund. Da haben einer hier. Lieber? Einer noch? Ey. Ich danke dir vielmals, Two Lines. Dankeschön. Was meinst du, wie oft, ist ja geil, dass die da reingebracht haben, dieses Feature? Wir werden ja jetzt agree'n, dieses, dass man Waffen traden kann, diese Waffen-Trade-Station, dieses geil, ne? Sehr geil, sehr geil. Alle Tropfen mit Glieder sind … Noun-Poke. Geez, Buddy. Keeping at the Buck brev. dass er geschrieben hat das ist krass ich merke ich seitdem es diese mobile zips gibt ich habe so kein bock ich habe nicht mal mehr bock viel später zunächst auf dich werft lieber die sieben man merkt die auch als spannende sie sinkt ist nicht gut nicht gut oder sagen für drei schulen viel dank chris und freundlich für die tollen amüsanten teams ich wünsche euch viel glück bei der challenge aber kummer aber warum sind denn da diese ich check das nicht was macht ihr da nämlich sogar selbst wenn er mich bitte muss wieder auf da und mal halt die nächste freiheit weil ich muss auf den köpfen an ich halte die andere schon mal warm der habt ihr habt nach sie nur den einen hatte den gerade gewässer ist dass meine leiche ist meine leiche und wieder sieht weg und ich habe keine planen mehr in white ist kids above placing das gas nähert sich neue sicherheitszone gefunden Warte mal ganz, no, what is the moment, stand er nicht genau in der Prezi Dings, ja stand er, aber hat ihn nicht gejuckt leider, ich komme auch nicht an meine Waffen, die kämen da jetzt ganze Runde, boah man, die mich sauer, ne ich gehe, ich gehe einfach, ich gehe einfach an Lodi aber, pack halt Todes ab, ich habe mir auch den Namen gemerkt, Regaldorn oder so, wir haben gemerkt, da sind wir jetzt schon, warte mal, du hast eigentlich einen, achso, da hinten, ich habe auch einen Bankerbuster, dann mach mal hier rauf, rechte Ecke, da ungefähr gemacht, sehe die nicht, hier unten, warte, live, die grunde gleich, aha, hier eine auf Dach, eine unten, aber nicht ping, eine war down low, ich habe btw gerade aus einer noch manches ne zwei Flares bekommen, aber keine Platten, diesmal in die Kämpfer da, ne, bitte gib mir doch Platten nur, war der da, ja, ich habe keine Platten, Black Noir skin ne, ich habe auch einen reitet, bruder, es ist super anstrengend, ah ja, ich habe sie im Kopf nochmal, planning on their heads as we speak, er hat halt auch Black Noir skin, er rafft halt auch wirklich was, ja, wieder, wieder ist sein Maid, dann hat den Jail, ich hätte ihn gekillt, Darny, Simo, wieder beide angeschossen, wie viele Flares hast du, noch, eine jetzt, noch, also jetzt keine, ich habe nicht mehr einen Ball, gar keine Flares, ich land nochmal, ich land nochmal loaded und kill die, der irgendwie viermal gestorben und jedes Mal, ass, Krass. Warte ich komm. Ach Digga, jetzt hab ich wieder gerest. Ich hab halt wirklich keiner Platten. Warte warte, warte. Ich hab wirklich nur geplayt die ganze Zeit. Hier, hier, hier. Auch Fretzi, aber Yokochi. Danke. Oh, jetzt. Now we about to cook these foods. Wollen nicht fliegen, ne? Warte mal, war da gerade einer am Fenster? Ja. Wieder keiner platt. Ich hab einen wieder nach. Ich werd von anderen gekillt. Bitte, bitte. Es kann ja erst, dass der auf uns landet. Ja, ja, ja. Ich glaube, er hat gechokt, oder? Was passiert hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich, ich hab immer noch keine Plates, ne? Trade und drop eine. Hier? Ich geh einfach hier hin. Hier ist auch noch eine Flayer, Geist, Weste, alles. Wecker Sniper, ich muss jetzt rein. Bin drinnen. Mobile Shop. Ich geh jetzt rein. Weil, wenn ich so ein Haus, in so einen Raum reinzeile, kotze ich fast. Also, ich hab den wirklich nicht gesehen gerade auch fast, ne? Weil ich so, weil das so, so Dings ist. Hier ist noch eine Flayer. Guck mal, ich shop dir die. Dann kannst du wieder chillen gehen. Hier, noch eine. Und hier Shop hast du, oder? Mobile. Und hier mein Geld nimmt das auch noch mit, hier. Dann geh ich ja wieder ein paar Mal sterben. Dann kannst du in Ruhe essen. Der ist ja so hoch, oder? Oh, wir auf dem einen Haus oben drauf. Zwei. Sollen wir die ihm fighten? Auf dem Big Building. Ja, ja, ja. Ist das. Leider STG in der Hand. Aber ich glaub, der Typ checkt wirklich überhaupt gar nix. Er checkt wirklich gar nix. The Domination und Jeff. Die haben so ganz nen Shop gebracht. Die waren sehr geeked. Aber ich hab sie überrumpelt. Golde Masse hier auch schon mal für dich. Ja, die sind crazy die Gamers, ne? Oh, einer ist hier vor mir. Ob die geil wäre, der mir jetzt nen Sniper Headshot gegeben hätte. Sehr, sehr geil. Ah, und Odin und Dings snipen mich schlecht. Lass los. Ich sterbe auch wirklich immer Bullshit. Es neigt mich halt, ne? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee, nix. Lass die mal fighten sonst. Aber er isst ja erstmal. Warte mal, die sind hier unten weiter, ne? Ich muss Essen noch hoch holen, bro. Ach so. Ich hol jetzt eben Essen hoch. Ich glaub, die fliegen auf ihn, ne? Nein. Die fliegen auf Rubini. Guck mal, aber Rubini liegt da unten drin. Die sind da einfach oben. Guck mal. Guck mal, er snipet mich einfach, ne? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hm. Guck mal. Mach dich mehr Pussy. Komm mal. Da hinten diese Speine lassen aber auch nicht logieren. Ich hab schon wieder keine Platten, ne? Das ist wirklich irre. Bruder Klaus, bruv. Hier ist auch gerade Hölle los, ne? Keine Ahnung, was hier abgeht. Unsere spanischen Freunde leben auch noch. Hier ging auch alles voll mit Flares, by the way. Was war da, der? Oh ja. Friemann safe, glaube ich. Hm. Oh, vor mir, vor mir da einer oder da. Da hinten trimmelt sich auch noch was. Ja, das leben noch so viele Leute auch, ne? Wo meinst du, hinter die Richtung Shop? Weiß nicht, bro. Oh, die wollten gewinnen, bro. Ich bin doch recht immer gelangweilt. Da meinst du einfach so fünf Streaks dabei oder so. Deswegen sehe ich, glaube ich, so aus einfach. Ich habe einen sehr niedrigen Puls, Jeffe. Könnte da ranlegen, genau. Sechziger Ruhepuls habe ich. Also, no cap. Unter mir ist was, ja? Ich höre irgendwas. Lass mal hier rein springen. Lass mal hier rein springen. Immer die zwei Streaks, ne? Ich habe eh. Ich habe Streaks. Hier sind doch irgendwo Gegner oder bin ich lost? Jetzt hier in der gottlosen Ecke. Andere ist hier. Ach du Scheiße. Noch was, noch was, noch was. Glaub ich. Du verlierst dein Boden. Bewegung. Ich habe mich gerade gefeiert. Oh, würde mir stehen. Fuck off. Piece of shit. Warum bin ich jetzt ein Piece of shit? Aber. Ja ne, das waren alle. Da vorne sind unsere ganz besonderen Freunde, ne? Da hinten, das sind die da. Da. Da sind unsere Freunde. Simi und die. Und die. Unser spanischer Bré. Wird da auch jetzt einen Bankerbastard draufsetzen. Wollen wir links auf da? Springen. Beide springen da. Da sind die. Da sind die, ja. Oh my god. Der ist so. Wollen wir ein Cluster-Mean auch benutzen? Oder was du da sehen? Oder was du da sehen? Ne, das war nicht ich. Der ist da hinten gelandet. Der ist da hinten gelandet. So, werde ich da jetzt mit vergnügenden Dings draufsetzen. Bombardo. Verbündete Vorratsstation unterwegs. Ja, richtig. Hinter mir irgendwo. Irgendwie einer ist unter mir. Boah. Unter mir, unter mir. Ja. Noch neun. Weiter Druck machen. Wir sind in die Sicherheitszone. Ja. Einer hat rein, bro. Ja. Einer ist hier so ein gartlosen Headclitch da drin. In dem Teil? Warte mal. Jaja. Und dem Ding. Ich hab die da gepräsent. Er hat einsatzschild. Er hat einsatzschild. Er hat einsatzschild. Untergeschoben. Von vorne ist, ey. Guck mich auch wieder an. Aspeta. Links guck mich an, ne? Ich piek den jetzt. Dann ist der Einsatzschild, Heidi. Er will mich stacken. Noch. Keiner noch. Vor mir links. Am Tower ungefähr. Okay. Er kommt zu mir, glaub ich. Zum Shop. Ja. Destroy Harding. Das ist der Ass off. Made in the air, probably. Where else should he be? Guck, dass er kein Self war. Gut. Mach kein Self. This is how we do it. 3 von 5. Oh, thanks. Oh, thanks. Free, Dinger. Free. Das ist krass. Maxi, dankeschön für 13 Monate. Mit Prime. Ja, Maxi. Bei dem sind wir zeitlich nicht aufgegangen. Also gestern heute nicht, aber bei den nächsten zwei Terminen. Ähm, aber ja. Auf dem Boden braucht man ja keinen zu holen. Die sind ja alle auf dem Boden, oder? Zumindest wüsste ich nicht, warum die nicht mehr auf dem Boden sein sollen. Freezy, 3 von 5.